Musik 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 Auf geht's zur abschließenden Quälerei, die sie alle so lieben. So reicht das nicht. Rico Freimuth muss unbedingt gleich noch einen Schlussspurt auspacken, sonst ist die so sicher geglaubte Bronze-Medaille in Gefahr. Rico Freimuth fällt immer weiter zurück, jetzt muss er immer alles zusammen nehmen, sonst gewinnt er keine Medaille. Oh je, das wird ganz 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 eng, denn er ist da hinten ganz alleine, da haben wir ihn eingefangen mit unserer eigenen Kamera. Rico Freimuth kommt ein Schlussspurt, es sind nur noch 220 Meter, dann ist das Ding hier rum. Burrada, der versucht alles fort. Schrader ist im Ziel. 4,22. Skurenje, 4,24. Und da hinten Rico Freimuth, der kämpft. Der kämpft, jetzt kommt endlich der Schlussspurt. Acht, neun, zehn, elf, das muss reichen, das muss reichen. Och, da hat das aber voll und da kommt noch mal spannend. Meine Herren, aber was für ein Drama hier in diesem Abschluss von 15 Jahren überlaufen. Rico Freimuth noch nicht ausgewertet, deshalb wird im Moment Silja Skurenjev als Bronze-Medaillengewinner ausgewiesen. Jetzt ist sie da, Rico Freimuth mit persönlicher Bestleistung, 8561 Punkten. Er hat es! Ich bin ein bisschen anders. 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 Untertitelung des ZDF, 2020